Wie Protein und Kohlenhydrate sind auch Fette wichtige Nährstoffe. Die Meinungen über Fette sind geteilt, aber dein Körper braucht geringe Anteile an Fetten für seine Funktionstüchtigkeit. Dabei besteht ein Unterschied zwischen gesättigten und ungesättigten Fetten. Gesättigte Fette sind häufig in verarbeiteten oder tierischen Nahrungsmitteln enthalten. Du solltest nur sehr wenig davon zu dir nehmen. Ungesättigte Fette jedoch sind gut für deinen Körper. Sie sind vor allem in Fischöl, Nüssen, Olivenöl und Avocados enthalten. Herbalifeline Max ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit nachhaltig gewonnenem Fischöl, reich an Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Außerdem enthält die exklusive Kombination Herbalifeline Max ätherische Öle aus Thymian und Pfefferminze gegen jeglichen fischigen Nachgeschmack in unserer einzigartigen vegetarischen Gelkapsel. Ein Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren kann ebenfalls nützlich sein, um zu helfen, eine normale Funktion von Herz-, Gehirn- und Sehkraft zu erhalten. Es trägt auch zur Erhaltung eines normalen Blutdrucks und eines normalen Triglyceridspiegels im Blut bei. Kontaktiere dein Herbalife Nutrition Mitglied noch heute, um mehr zu erfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017